Die letzten Wochen waren eine sehr intensive und emotionale Zeit, gekrönt von einem Dubelsieg. Wir wollen hier heute mit unserem Interviewgast des Monats über diese Zeit reden und die letzten Wochen Revue passieren lassen. Und dazu haben wir Andreas Paffrath, ihr kennt ihn alle als Paffi, bei uns, um auf ein Bit ein bisschen über seine Arbeit als Fanbeauftragter zu reden, denn er kennt den Verein wie kein anderer. Paffi, schön, dass du heute hier bist. Ich glaube, bevor wir anfangen, können wir erstmal wirklich auf den Dubelsieg und auf die letzten Wochen anstoßen. Auf das Dubel. Auf das Dubel, genau. Ja, das waren ja wirklich, wie gesagt, sehr emotionale Wochen. Wie geht es dir damit, bis du die letzten Tage so ein bisschen von der emotionalen Welle runtergekommen? Also ich sage mal, es ist noch gar nicht so richtig angekommen, weil ich glaube, das sackt jetzt so langsam oder sicher erst, wo wir es, glaube ich, gerade wir Mitarbeiter, auch bei vielen Fans, glaube ich, jetzt es wirklich wirkt. Weil wir waren alle Mitarbeiter, aber auch Fans, die irgendwo alle an dem Traum dran gearbeitet haben, so involviert, dass wir gar nicht so das Ganze verarbeiten konnten. Und jetzt, solange es natürlich wirkt, das und ich vermute, irgendwann in zwei Wochen sind wir schon verbettkant und sagen, ja, wir sind Meister, wo das dann erstmal so runtergefallen ist. Also es läuft noch am Verarbeiten, ja. Das wird sicherlich auch noch ein bisschen dauern, bis das alles richtig gesagt ist. Definitiv. Gerade für dich als absolutes Leverkusener Urgestein hat diese, ja, diese Titel haben sicherlich da doch nochmal eine tiefere Bedeutung. Vielleicht nimmst du uns mal mit dahin, wo deine Verbindung zu Bayer 04 überhaupt angefangen hat. Ja, angefangen 1971 im August. Mein Bruder ist acht Jahre alt geworden, wollte mit seinen Kumpels mal auswärts fahren. Mein Vater hat gesagt, ja, mach mal, mach mal eine auswärts-Tut nach Solingen, Union Solingen. Gut, und dann durfte der Kleine mal mit und das war mein erstes Spiel. Ich kann mich da an das Spiel nicht mehr dran erinnern, aber an die Randsachen, wie der Fan neben mir mit Kubanern, also Wester Böller, den gebe ich dem Hundeführer, den dem Polizisten. Also da kann ich mich noch dran erinnern, an das Spiel nicht mehr. Und dann hat mich das scheinbar schon irgendwie so geprägt, weil ich auch bei dem Spiel die ganze Zeit auf den Typen geachtet hatte. Und ja, seitdem habe ich meinem Vater gesagt, da will ich immer hin. Mein Vater war froh, dass er dann eben auch zum Fußball konnte. Und ja, seitdem habe ich auch, wenn es hochkommt, vielleicht mal 30 Heimspiele verpasst. Ja, und immer darauf gehofft, dass wir irgendwann mal was zu feiern haben. Ja, und das, was es zu feiern gab, war ich dann immer mit dabei. Sehr gut. Dann jetzt vom Fan zum Fanbeauftragten und das seit unglaublichen 36 Jahren. Wie bist du dann letztendlich auf die Position gekommen, wo du jetzt bist? Ja, ich habe mich immer irgendwo ein bisschen was, wenn ich irgendwas gemacht habe, irgendwo arrangiert. Damals beim damaligen Fanbeauftragten Peter Bode haben wir ihm auch ein bisschen was geholfen. Er hat das ja auch als Werkstudent gemacht, damals noch bei der Sportwerbung. Ich habe dann mit Lemmy und dem Michael auch noch ein Fanszene gemacht. So waren wir, sagen wir mal, auch in der Fanszene auch aktiv, auch kritisch in Sachen, wenn es um Fansachen ging. Und nach 88, nach dem UEFA Cup Sieg, war natürlich, sagen wir mal, auch das Aufkommen an Fanarbeit auch größer. Und dann hat der Peter dann irgendwann mal gesagt, ich brauche Hilfe. Ja, und dann wurde das in der Kneipe kurz vor, ich wurde eine Abstimmung gemacht. Ich tue mal einstimmig angenommen. Seitdem machte man das. Dann hat sich bis 99, ich sage mal, einen Paralleljob, weil es wurde auch immer mehr, also auch immer intensiver. Bis mein Chef dann irgendwann mal gesagt hat, entscheide ich entweder oder. Ich habe bei der ACFA gelernt, nachher als Zerspaner und ja, und dann, weiß ich mal, montags bin ich mit meinem Pümmel, mit meinen Dienstklamotten hier auf die Geschäftsstelle gegangen, wollte aufhören oder musste aufhören. Dann lief mir der Kalli aber über den Weg und dann hat er gesagt, nee, Junge, du hörst nicht auf. Dann habe ich ans Händchen, Personalabteilung, mache dem Paffi-Mann einen Arbeitsvertrag, der liegt morgen bei mir am Tisch. Und innerhalb von einer Woche war ich dann hauptberuflicher Fanbeauftragter. Ja, und jetzt 36 Jahre später, immer noch hier, erhobenen Hauptes, hat sich also alles sehr gut gefügt. Ja, in der Zeit hast du ja sicherlich auch viele Höhen und Tiefen mitgemacht und wie viele andere auch auf einen Titel gewartet, beziehungsweise auf den Titel, auf die Meisterschaft. Jetzt sind es direkt zwei Titel in der Saison geworden. Was bedeutet es nicht nur für dich, sondern vielleicht auch für die Fans, diese Saison so abzuschließen? Ich sage mal, man hat das irgendwie so gemerkt. Also ich glaube, wir haben ja eine Reise gemacht. Ich glaube, die Reise fing im Endeffekt an, ich glaube, nach dem Monaco-Spiel in der letzten Saison, wo man wirklich gesehen hat, passiert irgendwas. Also auch dieser Kipppunkt in der Mannschaft, aber auch in der Kipppunkt in der Fanszene in Leverkusen, da passiert was. Da ist irgendwo ein Aufbruch, wo wir dann wirklich bis Ende der Saison spielen, wir spielen wieder international. Wir haben ja vor anderthalb Jahren ja uns eher noch Gedanken gemacht, schaffen wir überhaupt die Liga, Relegation und sonst irgendwas. Und da ist auf jeden Fall irgendwas passiert, wo auf jeden Fall irgendwo jeder mitwollte. Und dann wurde es ja gewinnen, gewinnen und wie und dieses Wir-Gefühl und mit der breiten Brust und da ist irgendwas aufgelöst. Wir wissen ja noch, da kommt ein neuer Trainer, junger Trainer, haben wir da schon wieder einen. Aber das hat eben alles gepasst und was dann im Endeffekt in Leverkusen passiert ist, für mich war es immer, ich glaube, dieser Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt haben wir zwar Union Berlin, München verliert, wir gewinnen. Und ich habe vom Spiel eh nichts gesehen, das ist eben mein Job. Ich stand mit dem Rücken an so einer Plexiglaswand, gucke mir den Block rein und sehe dann ganz, ganz viele Leute, wie sie heulen, jubeln. Und der eine guckte in den Himmel, weil ich wusste, dem sein Vater ist vorher verstorben. Also die ganzen Emotionen und ich habe gesagt, ja, das ist jetzt so, wir brauchen nur noch ein Spiel, dann sind wir es. Und dann fing ich an, selbst zu genießen und auch so, ja, für die ganzen Alten, mit denen ich groß geworden bin, eben einfach eine Genugtuung, die mit 20, 30 Leuten im Bus irgendwo hingefahren sind, immer wieder verhöhnt, verspottet, retorte und hin und her mit den negativen Sachen, wo wir immer positiv mit umgegangen sind. Endlich mal, jetzt haben wir es, die müssen sich alle neue Lieder einfallen lassen. Alles, was so, ne, das ist richtig so schön. Und für das junge Semester auch, dass sie das miterleben, wie schön es eben auch ist, mal so endlich was zu haben und nur gut. Da merkt man richtig, wie so nach all diesen Jahren endlich diese große Hoffnung dann auch mal Früchte trägt. Ja, da fällt doch was ab. Und ja, und auch dieser Punkt, auch gerade für die ganzen Kollegen auch hier im Verein, wir haben immer für die Tonne gearbeitet. Wir haben immer gemacht, getan und hin und her und dann macht man nachher so ab in den Mülleimer. Und jetzt hat man endlich was, jetzt kann man endlich mal was feiern und ja, es tut einfach nur gut. Apropos feiern, wir hatten ja jetzt nicht nur das Meisterschaftsspiel gegen Werder im April, sondern auch Berlin und irgendwo auch Dublin, auch eine sehr emotionale Reise. Kannst du aus diesen ganzen Highlights so deinen persönlichen Höhepunkt rauspicken? Wäre zu viel, würde glaube ich jetzt jegliche. Also einfach nur dieses, die Freude von Menschen, ein Gefühlschaos, positiv, wie die Leute eben einfach mit den Erfolgen einfach umgehen in jeglicher Form. Einfach schön. Ich glaube, was so auch ans Herz ging, war im Endeffekt so diese Gedenkminute beim letzten Spiel. Das hat wirklich gezeigt, dass wir keinen vergessen. Wie würdest du sagen, sind die Fans vielleicht nochmal zusammengewachsen während dieser Saison? Glaubst du, der Erfolg der Werkself und diese Fans zusammenwachsen, dass das alles irgendwie so ein Synergieeffekt war? Ich würde eher sagen, der Verein ist zusammengewachsen. Also es wurde irgendwann mal die Frage gestellt, die Werkself ist das die Mannschaft? Dann haben alle gesagt, nee, wir alle sind die Werkself. Und wir haben jetzt eben mit vielen Sachen, das schwarz-rote Trikot mit dem Kreuz, kommt ja auch mit, Fans haben ja mitgearbeitet an den ganzen Trikots, an vielen Sachen, die jetzt hier auch irgendwo überall sichtbar sind, waren irgendwo mit Fans involviert. Viele Kollegen haben vorgearbeitet und wurden mit Fans diskutiert, wurden nur noch ein bisschen Feintuning gemacht. Und man hat super zusammengearbeitet an der Ticketvergabe für Berlin. Wir hatten ja irgendwas mit 70.000 Karten verkauft. Wir wollten es aber gerecht machen, auch transparent, dass irgendwo nicht irgendwo wieder aufkommt. Was habt ihr da gemacht? Man trifft leider nie irgendwo diesen Punkt nach dem Motto, das klappt jetzt. Aber es waren Fans mit involviert, also wurden die Fans mitgenommen. Und das trägt Früchte, dass die Leute zufrieden sind, dass es transparent ist. Und das schweißt im Endeffekt alle zusammen, die Fans, aber auch den gesamten Inner Circle. Und das hat einfach nur gematcht. Und das ist, glaube ich, das Erfolgsmoment, wo wir im Endeffekt jetzt auch alle stolz daraus hängen. Wo auch andere neidig sind. Wir kriegen es ja mit, wenn wir Fanclub-Dialog haben mit den anderen Vereinen. Und die hören mit, wo wir mit Fans in Gremien arbeiten, Arbeitskreise haben, die sagen, das kriege ich hier hin. Super, ist ja Wahnsinn. Ich ziehe aber immer den Hut vor, den Fans, die ehrenamtlich Sachen machen, neben ihrer Zeit bereit sind, mitzumachen und Zeit investieren, dass es dem Verein im Endeffekt auch so gut geht, Sachen mitzutragen. Das ist nicht selbstverständlich. Und da muss man auch sagen, Chapeau. Chapeau auf jeden Fall. Chapeau auch, würde ich sagen, an die Auswärtsleistung der Fans, die wir in Dublin und Berlin gesehen haben. Ich meine, du warst ja bei beiden Events dabei. Wie hast du da die Auswärtsleistung, die Auswärtsfahrten mitgenommen? Also geht ja im Endeffekt Bremen. Ich weiß noch, rufen mich die Kollegen an, ist da irgendwas bei euch falsch gelaufen? Ihr habt alle Karten innerhalb von einem Tag verkauft. Ne, ne, ist schon so richtig. Dortmund, 8.000 Karten weg, wo wir immer so 5.000 zurückgeschickt haben. Also momentan, was auswärts gefahren ist, war Wahnsinn. Und wenn man dann eben auch Berlin sieht, wenn man den Blog so sieht und man sieht auf einmal so, wow, das ist ja die ganze Kurve. Die machen alle mit und in der Lautstärke. Auch Dublin, wo es ja auch relativ früh auch schon irgendwo absehbar war, dass die Mannschaft es nicht schafft. Eine Wahnsinnsstimmung. Und passt aber auch. Oder gucken wir uns nur die Bayern-Arena an. Und die Busse sind alle 10 Minuten später gefahren als sonst, weil die Leute nicht aus dem Stadion rausgehen, weil sie einfach länger drin geblieben sind. Einmal der Mannschaft zu zeigen, nach nur vielen Dank, wie geil ihr spielt, aber andersrum wollen sie alle die Stimmung mitbekommen. Und vom A-Block, Oberrang, Unterrang bis zum B-Block, so die ERPs, alle haben im Stadion mitgemacht. Die Stimmung dupliziert, die gemacht worden ist. Also, gut. Gut, ja. Gekrönt dann auch vom Coming-Home-Event, wo alle wirklich Arm-in-Arm-Tanzen im Regen standen. Ich glaube, da haben Bilder für sich gesprochen. Aber das hat auch gepasst. Also, es passte im Endeffekt. Also, dieser Regenguss passte. Und ich stand da und fing der Regen an. Und ein paar Leute gingen dann so runter. Aber die Mannschaft machte weiter. Trainer voran. Party und alle strömt wieder. So, nee, komm, scheiß drauf. Nach dem Motto, da werden wir eben alle nass. Aber die Mannschaft geht voran. Und wir sind mit dabei. Und es hat auch wieder gematcht. Also, geil. Ein wundervolles Ende zu einer wundervollen Saison. Ja, also ein geiler. Aber wenn man sieht, was auch in Leverkusen los war. Ich weiß noch, wo wir 88 einen Pokal geholt haben. Da haben die Rentner in der City gemeckert, wenn da Autos durchgefahren sind mit unseren UEFA-Cup-Helden. So, nee, warum fahren hier Autos rum? Ja, das sind unsere UEFA, die machen Autokorso. Da hat man schon so ganz, vom Schloss muss ruhig, wann stehen die Ersten da? Ja, vom Schloss, Massen an Leuten, wenn man die Zahlen hört, 60, 70, 80.000, ist es Wahnsinn. Was Leverkusen eben einfach auf die Beine gebracht hat. Ja, das war wirklich ein sehr spektakuläres Ende. Und nicht nur die Saison ist zu Ende gegangen, sondern bei dir steht jetzt auch quasi ein Abschied, ein Ende. Bevor du hörst als Fanbeauftragter auf, nach 36 Jahren. Warum oder wie bist du zu dieser großen Entscheidung gekommen? Ja, sagen wir mal so, so gesundheitlich muss ich ein bisschen was kürzer treten. Habe im Endeffekt hier oben in der Schulter so ein paar Baustellen schon länger. Und da muss ich ein bisschen was kürzer treten. Und andersrum, nach 36 Jahren ist es vielleicht auch mal Zeit, so ein Zepter den Jüngeren abzugeben. Und andersrum, ich bleibe im Verein, werde weiter die Behindertenfernbetreuung machen, die ich ja auch schon seit 99 im Endeffekt mache. Gut, es wird für mich sehr wahrscheinlich auch schwer sein, nach 36 Jahren nochmal zu sagen, ich gebe jetzt was ab, was ich schon immer gemacht habe. Aber ich weiß, dass es in guten Händen ist. Und ich weiß, dass also Lucy Sebo und der neue Moritz, der auch nicht mehr so unbekannt ist, ja auch bei uns schon im Team mitgearbeitet hat, das weiter auch gut machen werden. Und wenn es dann auch für meine Gesundheit dann auch ganz gut ist, werde es weitermachen. Wie gesagt, ich werde dem Verein erhalten bleiben und für die Domsprüche werde ich weiterhin da sein. Das ist doch die Hauptsache. Und du hast uns auch letztes Mal gesagt, dass du hoffentlich dann auch zufrieden in Rente gehen kannst. So gesehen dann die Fanbeauftragtenrente. Würdest du sagen, dass du zufrieden in diese Rente eintreten kannst? Meine beste Freundin hat mir gesagt, es gibt keinen besseren Abgang als jetzt. Und von daher, ich durfte dann auch die Meisterschale im Fokal noch in Händen halten. Und von daher war das, glaube ich, das Schönste, was es in der Hinsicht gibt. Von daher, alles gut. Ich bin zufrieden, mit mir auch zufrieden. Und ich habe ja eine Arbeit gemacht und die Arbeit kann ich nur so gut machen, wie Fans mit mir arbeiten, wie der Verein, wie die Kollegen und hin und her. Es war immer ein harmonisches Miteinander. Und von daher gehe ich mit einem Lächeln. Einen besseren Abschluss kann es gar nicht geben. Und wir sehen dich ja dann doch sicherlich das ein oder andere Mal im Stadion. Passt dir dann schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und dann sehen wir uns ja spätestens nächste Saison irgendwann. Auf jeden Fall.